Welche Chancen, Werner Schneider, geben Sie Ihren österreichischen Fußballlandsleuten am kommenden Mittwoch im Leipziger Zentralstadion? Leider sehr wenig. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft so auf den Punkt vorbereitet war in Wien und so unbedingt gewinnen wollte, dass die Enttäuschung über das 1-1 doch so groß ist, dass jetzt möglicherweise die Luft ganz raus ist. Dann traue ich der Mannschaft der DDR die bessere Nervenstärke zu. Insofern bin ich ein tiefer Pessimist, der man aber als langjähriger Verfolger des österreichischen Fußballschicksals ohnehin sein muss. Stabeln Sie da nicht ein bisschen tief? Ist das nicht Zweckpessimismus? Das ist kein Zweckpessimismus. Natürlich würde ich mich über ein Wunder freuen, das können Sie sich vorstellen, aber ich glaube nicht dran. Sie haben das Spiel in Wien vor 14 Tagen original miterlebt? Ja, erlitten, am Schirm erlitten. Ich habe mich gekränkt über die vergebene Chance bis zur Pause und habe mir dann natürlich auch meine Meinung gebildet über dieses so heiß diskutierte Tor und bin der Ansicht, das war eine Entscheidung, die man geben kann oder nicht. Keinesfalls war es eine Fehlentscheidung oder gar eine vorsätzliche Fehlentscheidung. Wenn ich Sie nach einem Tipp fragen würde für das Leipziger Zentralstadion? Also wenn Sie mich als Österreicher fragen und ich träume jetzt, sage ich 10-0 für Österreich. Wenn Sie mich als Fachmann fragen, sage ich 3-1 für die DDR.